Meine Fresse. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich bin ein Wurf. Ich bin ein Wurf. Ich bin ein Wurf. Das ist schwierig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, da müssen wir uns mal ein paar Punkte holen. Haben das alle? So, schade. Was ist das? 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 Das ist das Interface gehackt und es verschlüsselt. Ich brauche eine Weile, um es zu entschlüsseln. Verteidigung und Schutz. Was ist das? Der Kampf beginnt jeden Moment. Komm und lass dich zerstören. Was ist das? 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 Das ist das? Das ist das? Oh. Oh. Was ist das? Oh. Sir, ich konnte mich wieder einhacken. Haltet sie mir noch etwas länger vom Leintrum? Es kommen noch mehr Ruinen. Wir haben keine Chance gegen zwei Jedi-Meister. Wir haben seinen Unterleg. Es wird zu heiß hier draußen. Stuhl des Angreifen ist eine schlechte Paktik im Kampf. Es geht schon wieder los. Ihr macht den Ruinen aber keine Ehre. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ein ausgezeichneter Jedi-Meister. Geschafft! Hier drüben, General! Jetzt liegt es an euch. Sir! Ja, Sir! Seltsam! Was denn? Normalerweise suchen die Scanner nach Mineralien im Asteroidengürtel. Aber zuletzt wurde mit ihnen nach einer sehr außergewöhnlichen Energiefrequenz gesucht. Und sie wurde auch gefunden. Wo? Auf Ryloth, Sir. Wir müssen mit der Langstreckenkommunikation Skywalker kontaktieren. Vorher müssen wir die Lichter wieder einschalten. Ja, Sir! Einen Moment! Abfasst! Geschafft! Ah, das ist nicht gut. Ich spüre, dass Meister Windu und Meister Fisto in Gefahr sind. Ich spüre es auch. Los, Beeilung! Das wird interessant. Die Machtlose, um deine Gegner zu besiegen. Vergiss nicht, die Stärke eines jeden fließt aus der Macht zu ihm. Ja! Keine Schocks, Lady! Du musst nicht die Konzentration verlieren! Ein Entdecker! Ein Jedi, der in Verbindung mit der Macht steht, hat immer eine Waffe. Da habt ihr recht, Meister Plo. Obwohl ich mich mit meinem Nichtschwert in der Hand noch besser fühlen würde. Ja! Das wird dir viel mehr wehtun als mir. Voraida! So war das nicht geplant! Ah! Ja! Ich spüre, dass wir in Gefahr schweben. Mit diesen Droiden kommen wir zurecht. Alle Lebenheiten bietet die Macht. Sich öffnen einbieten muss, um sie zu nutzen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Jetzt habe ich euch. Wir sind in der Überzahl. Das habe ich nicht. Geht! Ausgezeichnete Formmeister Kenobi Wir müssen weiter So sollten wir schneller in die Kommunikationszentrale kommen Wunderbar Ich habe nie verstanden, was Erneken am Fliegen findet Achtung Ich spüre, dass unsere jenige Fährten in Gefahr sind Dann müssen wir uns beeilen Weiter vorrücken Verdammt Ich glaube, sie haben uns bemerkt Vorsicht, Meister Kenobi So, waffenlos kämpfen Kommen wir jetzt also auch Mal zur Seite Ich gebe zu Die Situation ist äußerst beunruhigend War schon schlimmer Wann denn? Die Monde von Aldin Wann sonst? General Kenobi, Meister Plo Der Auftritt war des jungen Skywalker würdig Sagt es ihm nicht Aber manchmal ist seine Methode nützlich Der Skywalker Nee, Blechbüchsen nähern sich aus allen Richtungen Verstanden, Rex Habt ihr uns im Blick? Ja, Sir Richtet Bane aus, dass er durch die Zielvorrichtung noch hässlicher aussieht Haltet euch zurück, Rex Die Kiste sieht schwer aus Ich glaube nicht, dass Nip sie heben könnte Verkommen sie! So, wie es weiter geht Erfahren wir dann mal in der nächsten Folge Tschau Wilhelm